So, willkommen meine Leutchen zu einer weiteren Partie Call of Duty Black Ops im Multiplayer und was machen wir denn jetzt? Puh, gute Frage. Ich glaube wir fangen erstmal mit dem Team Deathmatch an. Team Deathmatch ist doch eigentlich immer ganz in Ordnung. Müsste doch eigentlich schnell gehen. Ja, hier Schoen, Schaön in den Schalams. Ja, das bleibt alles so. Das sieht geil aus. Gut, und dann gucken wir mal, ob wir das so rocken. So, Schatum. Alle aus der Party stumm schalten. Ja, super. Was ist das überhaupt für ein Bild? Alter, ich glaube es ja nicht. Es gibt Leute, es gibt Leute auf der Welt. Schlimm, ehrlich. Ganz, ganz schlimm. Okay, gucken wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Bleibe ich bei der Waffe? Ja, komm, ich bleibe bei der Waffe. Äh, wie viel brauchen wir denn? Oh, wir brauchen noch... Ach, natürlich hier. Ruhig und konzentriert. Immer. Jetzt... Vor allem ruhig, ne? Was? Glaubst du ja nicht. Das war's. Wir haben die Führung übernommen. Hallo. Meine Fresse, ey. Wo? Tschüss. Tschüss. Okay, hier ist niemand mehr. Oh! In der Luft hab ich noch abgeschossen. In der Luft. Weiß ja nicht, wie's dir ging, Alter, aber du bist grad voll an den Typen vorbeigelaufen, ne? Oh, na, 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 na. Scheiße. Gut, dann machen wir halt mal die Drohne an. Okay. Das ist unser Zeug. Oh, meine Fresse. Scheiß drauf. Ich bin beleidigt. Ich bin beleidigt und mach dir jetzt mit dem Sniper weg. Der hat mich doch... Der hat doch schon Feuer geschossen, bevor er mich gesehen hat. Hallo? Jetzt mal ehrlich. Okay, war jetzt nicht so, aber... Ich mecker gerne. Alter! Okay. Ja, wunderbar. Seh viel zerstört und noch einen Typen gekillt. Sehr schön. Ja, so geht das doch wunderbar. So, wo ist der Rest? Ja, ich weiß. Scheiße. Na, egal. Scheiß drauf. Einmal Drohne, bitte. Und einmal, äh, hier, ne? Was ist das denn? Du machst das ja, ne? Arschtritt. 99, äh, 96. Der darf das Spiel doch noch gar nicht spielen. Ja, von mir aus. Ah, ja. Alter! Von hinten! Mein Gott, Jungs. Von hinten in den Arsch. Ich bin aber auch nur Zweiter. Das regt mich auf. Mensch. Machen wir es halt von hier aus. Weiter geht's. Ha! Sniper weg. Ah! Ah, gerade geschossen. Beziehungsweise gerade versucht zu schießen. Wir haben die Kontrolle übernommen. Wir haben die Kontrolle übernommen. Ah, nee, 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 nee. Zu spät. Das heißt, er dürfte von hier kommen. Drohne nähert sich. Ah, komm schon. Wir haben den Vorteil verloren. Wir haben die Führung übernommen. Wir haben die Führung übernommen. Tschüss, Arschtritt. Ach, scheiße. Wir verlieren diesen Kampf. Aber wir verlieren den Kampf. Scheiße. Müssen nur ein bisschen mehr reinhauen. Dann ist das kein Problem. Ah! Wir sind in front. Scheiße. Ha. Immer weiter kämpfen. Wir liegen vor. Ja, noch. Habstgranate, geht raus! Er ist erledigt. Ah ja, okay. Okay. Da ist niemand. Ah! Klappt es hier nicht. Oh! Nein, die hätte ich alle messern können. Die hätte ich alle messern können. Scheiße. Na gut, egal. Ja! Ah! Ich hab es geschafft. Ich alleine. Schön. Hier, Good Nature. Da ist er. Da ist er, der Good Nature. Und wie schön in den Kopf geschossen. Geil. Hammer. Schön. So kann das gerne weiterlaufen. Ja. 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 Okay, was hab ich hier? Veteran. Okay, unten Justierschaft. Wunderbar. Ja, hier. Dann. Ja, geil. Hijacked. Hammer. Hört sich gut an. Ähm. Na ja, was will man machen. Vielen Dank.